Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu diesem heutigen YouTube-Video. Ich habe heute einen Superstar neben mir, einen wirklichen Superstar im Bodybuilding, und zwar Mr. Regan Grimes. Ja, ich bin hier. Danke, dass du dich hast. Ich hatte schon das Vergnügen und durfte mit ihm zusammen trainieren in Las Vegas im Fit Club. Bist du da wieder trainieren? Ja, im Fit Club? Ja, ich trainierte im Fit Club und im Torture Gym in Las Vegas. Wie ist der Torture Gym? Ja, es ist wirklich gut. Es hat alle neue Technik-Equipmenten. Oh, ja. Also, ich liebe diesen Gym. Nice, nice. Das ist das, was ich in Las Vegas trainieren. Fit Club und Torture Gym. Fit Club und Dragonflayer sind meine Favoriten. Ja, ja, ja. Und Torture ist neu, oder? Ich habe nie da. Ja, also, du gehst dieses Jahr. 100%. Ja, ich meine, ich muss zumindest trainieren mit dir, oder? Ja, für sicher. Okay, deal. Du hast es gesagt, ich habe es auf camera. Wir hatten einen Backworkout, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir waren ungefähr eine Woche, oder? Ja, ich war schon... Ja, ich war schon so... Ja, ich war schon so... Ja, ich war schon so... Ja. Ja. Regan, wie alt bist du? Ich weiß, aber... Ich bin 31. 31. Ja, ja. 1993. So, er ist ein junger Typ. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wie alt bist du? 30. 30. Okay. Wir sind wirklich nahe. In 1993? Ja, ja. In 1994. Ja, ja. So, was sind deine Zukunftsplanung? Ich weiß, du bist super großartig im Business. Ja, ja. Wir versuchen. Ja. Was machst du? Ja. Ja, ich bin jetzt in off-season. So, ich versuche, wie viel ich kann. Ja, 300? Ja, 300. Ja, ja. Ja, ich bin 300. Ich meine, wenn ich weitergehebte, ein bisschen. 3 oder 5. Ich bin nicht mehr. Denn dann wird deine Leistung so schlecht. Ja? Ja. 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich war 150, 150 lb. Also, deine Beine und alles, das ist zu viel. Ja, du kannst immer alle. Die erste Mal, ich war 150 lb. Ja. Die erste Show war ich 174. Aber als ich angefangen habe, war ich 150. Nein, ich war kleiner. Warst du? Ja. Aber es war superathletisch. Ich war so vielathletisch. Ja, es war soathletisch. Ja, es war soathletisch. Du wirst so viel Muscle, du fühlst die Weit. Ja. Es ist einfach so leicht. Ja. Es ist möglich, wie zu stehen auf dem Sohle. Ja. Ja. Es ist wild. Es war so, dass du vor dem Sohle auf dem Sohle auf dem Sohle. Ja. Es ist lustig. Du hast auf deinen Sohle, du hast du schoen, Mann. Du hast es auf deinen Sohle. Ja, das ist lustig. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe einfach verändert das Jordans zu den Sohle auf den Sohle. Ja, ich habe die, ich weiß nicht, wie es in Englisch sagen, aber die Ja, das ist so, wie ein Spoon. Ja, damit man sie nicht mehr ausfügt. Genau, das ist so. Was machst du dieses Jahr? Für mich dieses Jahr, ich werde bei der Olympia, aber ich werde nur in der Booth arbeiten. Trifecta und Celsius. Und dann, wenn Nutech da ist, werde ich mit ihnen da sein. Aber ich werde dieses Jahr nicht spielen. Und dann, wie ein Spoon. Und dann, wie ein Spoon. Und dann, wie ein Neu-York-Pro. Obviamente, ich werde das nächste Jahr im Olympia gewinnen. Ja, ich denke, das ist ein guter Moment. Das gibt mir eine Prüfung und dann ein Reset. Und dann eine andere. Und das setzt dich auf dem Papier. Ja, ja. Für die Neu-York wäre es gut. Genau. Ich habe viele Spoon. Ich denke, sie wollen mich in den USA sehen. Ja. Ich denke, Neu-York ist ein sehr, sehr gut Spoon. Ja, ja. Ich denke, wenn ich vorbereite. Ich würde gerne den Arnold machen. Aber, ich weiß nicht. Ich denke, ein bisschen mehr Zeit ist gut für mich. Ich habe die 300-Mark, aber ich muss nur auf dem Sticks stehen. Ja. Es ist einfach. Ja. Wie ist deine Prüfung? Wie viele Wochen ist es jetzt? 12 Wochen. Aber ich habe schon 12 Wochen angefangen. Ja. 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 Das ist das Problem. Wenn du in der Off-Season gehst und es packst, musst du ein wenig Fad auf. Ich denke, du musst ein wenig Fad auf. Ein wenig Fad auf. Um zu zu sein zu sein, das funktioniert nicht. Nein. Um wirklich ein großes Veränderung zu machen. Ja. Und es sind immer deine Hormone, wie Leptin und Grelin. Du bist immer hungry. Ich war für vier Jahre alt. Ja. Und diese Zeit habe ich meine Off-Season hier in Dubai. Ja. Ja. Und Anis, um, helped me to get all the food and prep and whatever. Like, it was so, I mean, it's not easy, but it was so easy compared to the years before. Ja. 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 Ich hatte die besten, wie ich mit großem Kilo, high-quality Salmon, hohe-quality Beef, jeden Tag, wieder und wieder. Es war einfach. Ja. Das ist superartig. Und als ich 2020 zu Ende war, mit 12 Meter bis 12 Meter, ich bin jetzt 11 Kilo heavier. Ja, das ist wie 20. 25. Ja. Wow. Das ist eine große Unterschiede. Ja. Und jetzt habe ich viel mehr zu arbeiten. Ja. Especially mit dem Sachen. Du bist so weit mit den kleinen Wast, das ist großartig. Danke. Neil könnte mir einen deiner Check-In-Picture zeigen. Er hat es. Er sieht super aus. Aber er war empressen und er ist begeistert. Ja, das ist warum er mir eine Cheat-Mail gab. Ja, ja. On Tuesday. Ich kann es nicht warten. Das ist super. Also, keine Arnolds für dich. Nein, nein. Also, der Plan ist zu bleiben. 300 Euro. Maintain es einfach. Ja. Starten prep. Was ist dein Favorit? Ja, das wäre perfekt. Last Jahr, als ich Italien und Spanien war, war ich 270 Euro. Und als ich Olympia war, war ich 260 Euro. Also, ich hatte noch sechs Wochen. Die Leute müssen die Konditionen sehen. War es wert, noch 10 lbs zu verlieren? Ich glaube, ich sollte in der Mitte sein. 5 Euro wäre perfekt. Also, ich war 265 Euro. Ich war 260 Euro. Also, ich denke, wenn ich 275 Euro oder 280 Euro wäre, wäre das mein Bestes. Ja. Und 280 Euro auf der Ebene ist ein großes Problem. Ich erinnere mich an Dorian. Er war 250 Euro oder 260 Euro. Das ist so verrückt, nicht wahr? Die Leute sind jetzt größer, für sicher. Ich weiß nicht. Ja, aber 280 Euro, Mann. Holy crap. Das ist viel Kraft. Wie groß bist du? Ich bin nur sechs Meter. Ich weiß, wie groß er war. Er war 183 cm. Ich weiß nicht wie das. 183 cm. Ich weiß nicht. Dorian? Ich glaube. Ich glaube, er ist 180. Einmal zwischen mir und dir. Okay. Ja. Ja. Wah. Wenn du in der Prüfung bist, kannst du immer Druck auf dich stellen. Und das ist unser Job. Wir sind Athleten. Wir haben auch. Druck ist ein Privilege, oder? Genau. Druck ist ein Privilege. Oder wie Chris würde sagen. Privilege ist ein... Ja. Pressure ist ein Privilege. Nein. Nein. Ich will keine Schmerzen machen. Chris ist ein guter Mann. Er ist ein guter Mann. Er macht sich lustig. Ja. Ich meine. Seine Produkte sind lustig. Ein lustig Mann. Ein wirklich guter Mann. Okay. Okay. So. New York. Im nächsten Mai. New York. Es ist in den Seiten. Wir haben ihn nicht in. Aber natürlich musst du etwas machen. Regan. Ja. Leute. Wenn du diesen Mann ausprobieren möchtest. Schauen wir uns in die Beschreibung unten. Danke. Du wirst dir überrascht. Wie smart. Nice. Und guter. Dieser junger Mann hier ist. Just kidding. All right. Awesome. Wir sehen uns in etwa 11 Wochen. In Vegas. Ja. Nein. 10? 8. Wow. Okay. So du kommst schnell. 4 Wochen raus. Okay. Ich will mit dir einen persönlichen Zeit mit dir. Ja. Ja. Ich werde mit dir eine Woche kommen. Vorher. Weil wir haben ein Baby. Vorher. Ja. Ja. Brittany ist pregnant. Sie ist etwa 8 bis 10 Wochen. Warte. Ich habe etwas gesehen. Ja. Wir haben vielleicht den gender reveal. Ja. 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 Wie ist der Name? Ja. Wie ist der Name? Wir wissen noch nicht. Wir haben zwei Päckte. Aber ja. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich einen Sohn. Nein. Nein. Sein Name wäre Salazar. Nein. Salazar. Sie lieben ihn. Nein. Wir denken über Thor. Thor. Thor? Ich werde als Thor in December. Oh nein. In Chicago. Das ist toll. Das ist toll. Nein. Ich weiß nicht. Ich habe es nie gesehen. Ja. All right. Leute. Das ist es. Check out Regan. Press thumbs. Check out the New York Pro next year. Sure. Let's get it. Good luck at the Olympia bro. Thank you. Thanks for the interview. If you want to see a workout with me and this gentleman right here. Put it down in the comments. And what body part? Not legs. You got good legs. You got good legs. See you guys. Easy.